Ok, an beiden Füßen habe ich sie an. Einfach, wir laufen. Ich laufe nämlich mal vorne richtig auf und ab. Wir gehen mal zur Straße. Hinter mir mal einen Pferd kommt. So. Ja, sicheres Gefühl. Ich will damit mal richtig laufen, ob die an den Füßen bleiben. Achtung, jetzt mal in die Richtung. Ich will einfach da bleiben. Das ist gut der Grip. Alles in Ordnung. Auf die Füße. So, hier nochmal eben. So. Da. Kann man sehen. Und hier auch. Alles wunderbar. Gut. Auf.